Alman vs. Bratan Ich bin ein Almaner Eintritt zahlen Alman Ja Leute, Ticket online kaufen, müsste weniger anstehen. Und mit einem Gutscheincode kann man sogar ein bisschen Geld sparen. Ja, fehlt nur noch Slavik, das steht wahrscheinlich wieder ganz hinten. Slavik? Bratan Slavik? Pssst, Bratan. Wow, ich brauch kein Foto, danke. Nee, danke. Nein, ich kann doch nicht einfach... Ich bin Slavik, Junge. Slavik? Was zur Hölle machst du da drin? Blatt, kein Bock auf Eintritt zahlen und so. Hilf mir raus. Nee, nee, zieh mich da nicht mit rein, lass das an. Junge, meine Eier quetschen schon ein, die ganze Scheißkinder sprechen mich an. Entschuldigung, können wir ein Foto machen? Blatt, schieß dich jetzt an, ich bin hier nicht am Arbeiten, Junge. Blatt, schieß dich an, ich bin hier nicht am Arbeiten. Groß genug? Allmann! Groß genug? Bissst, Bratan. Ich glaub zu groß. Wertsachen? Allmann! Äh, Entschuldigung, wie hoch sind Sie denn? Versichert? Bissst, Bratan! Bissst, Bratan! Hey! Ist versichert ihr! Blatt! Wo ist Schlüssel? Kann losgehen. Allmann! So! Kann losgehen. Ah, meine Übelkeitstabletten, ich muss noch mal ganz kurz, sonst gibt's hier eine Sauerei. Ja klar, machst du noch mal auf? Ein bisschen später. Jetzt aber! Kann losgehen. Ah, äh, ich, äh, müsste doch noch vielleicht mal kurz für kleine Tigerhände. Wollt ja nicht nass werden. Noch ein Bierchen später. Sorry. Also, kann losgehen. Kotztüte! Kotztüte. Da blatt das Kinderachterbahn ab sechs Jahren, was für Kotztüte, Junge! Ja, vielleicht kann ich einmal drauf verzichten. Bissst, Bratan! Gut, aber das ist nicht überdacht, ne? Also, eincremen müssen wir uns schon, die Sonne ist sehr aggressiv. Was laberst du? Gut, hast schon recht. So, ich gehe noch mal auf, nicht verstecken. Hol Almann, Schmack! Nicht oft noch. Los gehts! Ja, endlich! Hallo? Ja, aber... Gott, piss dich jetzt, Junge! Hier, sein Almann-Schmant! Achterbahn fahren! Almann! Es geht los! Jabanabadu! 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 Wow, war das geil. Ich will noch mal. Geil, noch mal. Vordrängeln. Allmann. Hey, hallo, geht's noch? Vordrängeln oder was? Anzeige ist raus. Zurück. Wenn du noch mal herkommst, dann klatscht es. Aber kein Beifall. So. Brata. Entschuldigung. Junge. Du bl... Ach, was? Ja, da ist er wieder, ne? Ja. Jetzt klatscht es. Ähm... Kampfsport irgendwie? Ne? Ja, Slavik. Was du willst? Genau. Wer will Kampfsport? Der muss weg. Ach so. Danke. Allmann. Mensch, das war wild. Ich werd nicht mehr. Guck mal, wie viel Spaß wir da alle haben. Ja, dann nehm ich auf jeden Fall eins. Und dann noch eins für meine Eltern. Die lieben sowas. Den Wolfgang und die Gudrun. Und noch eins für meinen Vetter Kai-Uwe und meine Tante Biggi. Ja, die haben eine total nette Karte aus dem Harz geschrieben. Äh, also drei Stück. Wie viel macht das? 18 Euro. 18 Euro. Ja gut, also so nett war die Postkarte doch nicht. Äh, wir gehen weiter. Komm, Slavik. 1. 1. Zorn. Verhütet immer. Ha! Sogar! Und? Nass geworden? Dein Maul, Alter. Top! Das hat Spaß gemacht. Regen-Poncho wäre vielleicht doch besser gewesen. Sieht ein bisschen aus wie ein begossener Pudel. Ha! Du hast da ein bisschen Loch in deinem Regen-Dings da. Poncho! Pff! Jappadabadu, Leute. Das Video ist in zwei Teilen. Und der zweite Teil ist auf Slaviks Kanal. Schaut euch den jetzt unbedingt an. Hier gehts zu Slaviks Video. Und lasst ihm natürlich auch einen Daumen hoch, einen Kommentar und ein Abo da. Für den Algorithmus. Viele Grüße vom Allmann beim Wandern. Bis zum nächsten Video. Tschö mit Ö!